Bonjour, willkommen, willkommen, madame et monsieur, zu einer weiteren Episode von Nils Plays. Und auch heute wieder mit mich, Luc Bair, einer von den größten verkannten Künstlern von der ganzen Welt. Und auch heute spiele ich wieder King's Quest 2. Und wir starten gleich in die Spiel, wo ich beim letzten Mal die erste von den drei Kristalle von der Natur gefunden habe. Die Wasserkristall. Und nun, dort oben, ich sehe schon eine Möwe fliegen, seht ihr sie? Ich glaube, ich habe schon die Möwe gefunden, möglicherweise komme ich mit dieser Möwe in die Himmelskönigreich, um zu finden. Die Möwe ist wieder weg. Möglicherweise habe ich sie mir auch nur eingebildet. Hat sie noch jemand gesehen außer mich? Es wäre ganz praktisch, denn damit könnte ich in die Himmelsreich kommen. Oh, ich sehe sie wieder dort, seht sie, seht ihr sie? Der Sky ändert von Sapphire zu Midnight Blue und wieder zurück. Die Welt ist voll von solchen Marvels, die Menschen so oft für angeboten haben. Äh, oui, deswegen habe ich es angesehen, sicherlich. Da, da, Inten, seht ihr sie da, Inten, über die, über die kleine Insel, ich, ah, ich bin so aufgeregt, ich, ah, sie ist dort, Inten, ah, mon dieu, ich muss die kleine Möwe folgen. Äh, ich speichere besser, bevor ich die kleine Möwe folge, ich habe das Gefühl, ich könnte dabei sterben. In Ordnung, ich sehe keine kleine Möwe mehr. Ich fürchte, äh, ich bin verkehrt geschwommen. Äh, vielleicht war es keine gute Idee, die Möwe über den Wasserweg zu folgen. Äh, ja, mon dieu, ich schwimme einfach weiter nach dem Norden. Äh, das war nicht die Opf, wo ich... Aber, mon dieu, warum nicht? Ertränke mich. Wui, 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 so ist in Ordnung, ich hör dir nicht zu. In Ordnung, kleine Möwe, ich finde dich, ich weiß nur noch nicht genau wie. Äh, nicht durch die Sumpf, vermute ich. Äh, oui. Nun, natürlich nicht. Was kann ich überhaupt mit dieser Wasserkröhe installieren? Es ist eine etwas luminescente Blu-Stoe, über die Größe deiner Palme. Wui, vielleicht kann ich sie einfach nur benutzen, um sie in die Wand einzusetzen und für nichts sonst. Das wäre sehr schade, aber, wui, warum nicht? Manche Dinge haben eben nur beschränkte Nütze, nicht? Wui. Ich glaube, die Kamera macht mich dick. Dicker als sonst, mon dieu. Ich... Aber möglicherweise gehe ich erst einmal über diese Brücke und setze diese Steine in die Wand ein. Natürlich finde ich, dass es etwas sinnvoll ist und werde diese Steine los. Wui. Natürlich würde ich das bevorzugen, nicht wahr? Wer hätte das denn anders erwartet, als dass ich zuerst... Das wollte ich nicht. Die Schwäne sind fortgehört. Ich habe noch immer diese Feder. Ja. Mh... Hm... Mh... 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 Und ja, ich glaube, das ist nutzlos. Ich werde sie irgendwann in den Müll schmeißen. Undankbare Kürbisschlampe, mon dieu! Undankbare, uneimliche Kürbisschlampe. Vielleicht kann ich diesem kleinen Euschnupfenmann eine Taschentuch geben. Wie, das klingt sehr logisch. Machen wir das? Hier. Das könnte dir helfen, dein Schmerzen zu helfen. Ja, natürlich! Wer hätte das nicht gedacht? Oh! Na, ich denke... Oh! Ich glaube, du hast da etwas erst die Euaufen genießt. Eine Nadel in die Euaufen. Du hast eine Nadel! Und du? Nun, nuttest du es noch einmal? No. No. Es ist eine große Schaue von, etwas unhygienischem, noch immer noch möglicherweise benutztem Klautern. Wie, natürlich ist das noch zu benutzen. Warum... Was mache ich mit einer Nadel? Auch! Die Nadel pierst dir schnell die Haut. Es ist eine ziemlich schmerzhafte Sache. Oh, ich habe einen Pferd, Arsch! Entschuldigt. Ich hatte... Das war die erste Idee, die mir kam. Oh, ich weiß es! Ich kann... Ich kann... Ich kann vielleicht diese kleine Zettel dort mit dieser Nadel... No, ich kann nicht. Möglicherweise ist diese Lade nun offen. Ich probiere wieder alle Dinge aus, die ich schon ausprobiert habe, weil ich... einfach keine andere Idee habe. Häuser geht es nicht. Ich habe einen neuen Ort betreut. Montier, ich kann hier viele Dinge klauen. Ich meine... Ansehen. A large and incredibly hefty looking mallet is propped up against the shelf. A small engraving on its head reads... Broggy. Broggy, natürlich. You are inside a cute little antique shop. Old furniture and knickknacks clutter the place. Against the wall, a low bench displays an assortment of items. Hui... Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun... Oh, das ist... Oh, eine Lampe! A rather beaten and tarnished brass lamp is positioned on the countertop. Ich möchte diese Lampe... Ich möchte sie nur putzen, möglicherweise mache ich... Lass mich diese Lampe putzen! In Ordnung, lasst uns mit dir reden. Glückbier, hallo! Oh... Oh, we können das Lampen vor dass ich habe... Die Lampen... Die Lampen! Der Lampen! Da habe ich schon etwas... Oh, nein. Und wir sollten uns glücklich sein. Ja, natürlich. Wundersch, aber Angst. Aber die sentimentale Wundersch ist weit weg. Die wunderschöne Wundersch, Hagatha, hat ihn von mir verloren. Wahrscheinlich, um in einer Konkoktion oder andere zu benutzen. Ihr Nose schreie in disgust. Also, wenn du eine Lieblende bist und es von mir rauskriegst, dann werde ich dich verraten. Die Wunderschöne für den Böden. Entschuldigt? Na, ich werde sehen, was ich kann. Natürlich. Ich denke, das dürfte kein Problem sein. Ich werde einfach... Durch diese Hintertür? Ich möchte durch diese Tür dort gehen. Das sieht aus, als... Ich möchte natürlich nirgendwo anders hingehen, als wo ich hingehen darf. Also gehe ich. Also, auf zu Hagatha. Nicht wahr? Ich meine... Was kann mich schon passieren? Ich habe eine Nadel und ich habe eine... Ja... Eine Nadel. Und eine dreckige Tasche durch. Speichern wäre nie verkehrt. Ich meine, diese Öle dort... Mon dieu, die hat mich schon einmal umgebracht. Aber ich könnte eine Lampe mit einer Genie bekommen. Und eine Genie kann mir jede Wünsche erfüllen. Nicht wahr? Jede? Warum muss ich dann all diese andere Aufgaben noch machen, wenn ich diese Lampe bekommen könnte? Ja, wie möglicherweise ist dort eine Acken dabei. Ich sollte nicht vertrauen, diese... Zauberei. Diese Frau tut es ja offensichtlich auch nicht. Das ist nicht die Weg, doppelt lang. Da sind wir. Lass uns sehen. Wie... Das mag doch ja sein. Das mag doch ja sein. Wie... Was ist mit dieser... Was passt genau in der... Die蛇... Oder... Sie meinen... Dieuela... Ähm... what.. Sie leak... Jetzt... Und dann... Gesis... ähm, möglicherweise mit ein bisschen mon die, ich habe keine Ahnung wie kann ich, ich würde so gerne mon die, das ist vielleicht nicht die richtige non, non, non ah, ah, ist es, in Ordnung, in Ordnung, nichts passiert was kann ich nun tun ich, äh, brauche offensichtlich noch einen Edelstein wo bekomme ich einen Edelstein, ich habe eine Nadel ich, äh, ich habe eine Idee äh, oui, natürlich habe ich einen Grund ich brauche es das ist gar nicht so leicht mon die, was mache ich mon die, was könnte ich ich habe, ich habe so was ist mit wie ich brauche hm, ich brauche oh mon die, möglicherweise sollte ich doch nochmal ich könnte vielleicht mit dieser Armere auf die wertvolle Erd oh, das ist, das tut mir leid, das hätte ich nun gebraucht ich stecke ihn wieder hinein oh mon die, das ist natürlich eine gute Aussage ich habe mit der Armere auf es das sollte funktionieren no, es kann nicht zerstört werden das ist doch großartig danke, danke, das hat gut funktioniert ich glaube ich glaube Kristall zurück aber warum geht das hallo Froschgesicht das ist das ist das ist das ist das ist Das Eislicht sollte an die Rand gehen, ne? Oh man, ich muss dort die Tuch. Ich muss ihre Augen blenden. Es ist eine Kristallkugel und sie kann ich es möglicherweise sehen dadurch. In Ordnung, dann gehe ich dort entlang. Oh, das ist nett. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich habe diese Dinge gefunden und ich werde sie mitnehmen. Mein Glück, dass sie so schlechte Augen hat. Ich brauche die Schlüssel. Du siehst mich nicht. Sei still, du dämliche Vogel. Äh, oui, Froschgesicht. Ich... Oh, ich... Was mache ich in diesem Topf? Ich möchte nicht in diesem Topf sein. Ich muss die Vogel umbringen, wüsste ich. Ob eine tote Vogel möglicherweise auch als... Na, mon dieu. Noch ein. Wie, 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 nicht so wichtig. Ich werde schon einen Weg finden. Äh... Perfekt. Ich bin so eine Genie. Mon dieu. Warum habe ich das nicht gleich getan? Ich bin so brillant. Mon dieu. Jetzt gehe ich aber auch raus aus dieser... Auf Wiedersehen. Natürlich. Auf Wiedersehen. Natürlich. Wo ist die nun? Oh, du hast vergessen, einen... Du hast die Geil zu besorgen, aber... Keine Sorge, du wirst sicher eine finden. Ich... War... Ich hätte aus der Tür gehen sollen. Man je, ich... War doch aus der Tür gegangen. Ich bin in den Eingang stehen geblieben, weil ich dachte, Oh, ich höre noch ihre Reim zu, nicht wahr? Ja, das ist sehr, sehr vernünftig. Nun nimm mich. Und nun geh. Geh. Ja, du hast es geschafft. Nun nimmst du die Steine aus... Das ist kein Problem. Ich benutze die Armor wie beim letzten Mal. Ich hoffe, diese... Kann ich dort auch noch mal gewaltet werden? No. Nun aber zurück zu... Zu die Frau mit die... Kleine Lampe. Nicht wahr? Schneller, schneller, schneller. Und nun werde ich es... Eintauschen. Das war gar nicht so schwer, wie es den Anschein hatte. Eine Kinderspiel-Madame. Ich habe ihre Frage. Wie? So? Ich arbeite noch... Wui? Die Shopkeeper looks up at you vaguely. Sie gradually remembers that there is another being in her world. Ja? Oh, ja. Take it. You'll have no beginning of use with it. Don't you mean no end of use? Of course. Whatever you say, dear. Mein Gott, ich mache mir wirklich Sorgen. Aber Trank ist eine feine Sache eigentlich. Möglicherweise sollte ich auch nach die Galliacke. Nonono war nur ein Scherz. Von dir natürlich nicht. Bis bald.